Wir fehlt ein Gültchen. Ich habe noch einen. Hast du irgendwie ein bisschen Essen dabei? Willst du dir ein bisschen Milch? Gutes Tauschgeschäft. Essen ja hier. Jo Leute herzlichen willkommen zu einer weiteren Runde Badwars mit den da- Da-da-da-da-da... Mit den Da-tom LPS. Hallo! Hallo. Sorry ey, dein Name ist viel zu schwer auszusprechen. Hallo, ich bin der da, 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 da bin ich, hallo. So, wir spielen, glaube ich, auf einer neuen Map, die heißt, glaube ich, Empire, glaube ich. Glaubst du? Äh, ja, sollte er so heißen. Könnte sein, ne? Ja, sieht ganz nett aus. Wir werden es ja sehen. So, äh, hier ist das Bett, okay. Das müssen wir auf jeden Fall gleich noch einbauen. Hä, wo ist denn hier der Villager, bin ich blöd? Bist du blöd? Der steht doch rechts. Ach, da! Das ist links. Ja, so, okay, wir fahren hier aus. Ja, Mann. Wen, Jun, was feiert er hier? Was baut er da? So, hol ich mir mal ein Schwert, so. Okay, Alter, der eine baut sich da schon mega die, ja, eine Treppe kann man es nicht nennen, ne? Das mache ich aber mal lieber hier. Ja, mach du mal. Ich bin noch nicht weit gekommen. Was baut er denn da? Weiß ich nicht. Vor allem das ist auf jeden Fall ziemlich gut für die, ja, genau, ziemlich effektiv für das Team. Wee! Boah. Oh Gott, ja, wie er ausgerüstet ist. Alter. Okay, warte, ich hole ihn, ich hole ihn, ich hole ihn, ich hole ihn. Oh, oh ne! Ja. Gut. Ja, ne, oh gut. Passt geklappt. Fast, ne? Also, war kaum knapp bestimmt, ne? Joa, kaum knapp. Hätte ja sein können, ne? Eventuell hätte ich ihn ja killen können. Hätte all das Gold bekommen. Dann. Weiß er nie, ne? Wäre es so gewesen, ja. Na dann. Wäre es so gewesen. In der Tat. Richtig. Ich wasche jetzt einfach zu dem rüber, denn ich bin YOLO. Joa. Und weil gerade keiner am gucken ist und ich einfach vorbeirenne. Wo ist das Bett? Da ist das Bett! Da ist das Bett! Loa. Gigi. Geht reg'n. Geht reg'n. Naps. Löt'bleh. Okay, stopp. So. So, gut. Hätten wir schon mal ein Bett weg. Ich hole mal zwei Schwerter, schmeiß' mal einfach... Gib mir ein Schwer. Alter, ich kann heute voll nicht reden. Fällt mir grad so auf, so. Kannst du das jemals? Kannst du das jemals? Kann ich mir leider nicht. Nee? Oh Gott, da ist einer. Oh, gut. Was macht er? Achso, oh, was baut er da? Oh, LOL. Boah. Oh, nee, ich komme. Ich opfer mich. Ich fall tief. Warte, fall zurück. Ja, ich fall zurück. Ich hole ihn dir. Ist der runter? Ja, er ist nicht mehr da. Und du auch nicht. Ich hab den nicht mehr gesehen. Gut, hab ich gerne gemacht. Hey, da sind schon wieder... Was, da ist einer mit Bo... Oh, 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 oh. Dann ist jetzt kritisch hier. Kritisch. Ja, nö. Nice. Ist nur rot. Oh, Mann. Warum haben die denn Bogen? Wir haben nichts. Wir kommen auch gar nicht in die Mitte. Nee, das klappt nicht. Die sind einfach... Irgendwie klappt's heute nicht so wirklich mit der Mitte. Boah, krass. Versuch einfach mal reinzugehen. Ja, mach mal ein bisschen. Na, das wird nichts. Ich seh's jetzt. Was tut er? Ich hab ihn runtergeschlagen. Geht's echt? Er ist einfach auf mich zugelaufen. Das Gute ist, der hat kein Bett mehr. Lol, der ist raus. Ja. Er ist einfach auf mich zugelaufen. Mit seinem Bogen in der Hand. Und hat nichts gemacht. Hä? So, den schlag ich jetzt auch noch runter. Ja. Ja. War der auch aus dem Team, das raus ist? Ja, scheint... Nee. Er hat verlassen. Er hatte auch einen Bogen. Nice. Lol, ich schub's ja einfach alle mit meiner Faust runter. Lol. Ich brauch kein Schwert, ey. Scheiß mal auf Schwert. Schwert, wer braucht ein Schwert? Die ganze Zeit mit Faust durchrennen. So, jetzt hab ich vier Gold. Oh Gott, hinter mir ist einer. Nein. Oh nee. Der Arsch. Der Arsch. Der Arsch. Der Arsch. Der Arsch. Ach, der Arsch. Mann, weißt du? Dann kommt man einmal so weit und dann... Oh, oh. Hier kommt schon wieder einer. Oh, sag das doch. Ah, ist runter. Ja, ist runter. Ey, meine goldene Faust hier, ne? Ich hol mir jetzt ab jetzt kein Schwert mehr. Ich mach's jetzt nur noch mit der Faust. Challenge accept. Nein, stopp. So. Nee, nee, doch komm, ich hol mir doch noch ein Schwert hier. Man weiß ja nie. Ich hol mir doch noch was Yummines. Brauch ich Yummines. Aber das war auf jeden Fall grad ziemlich, äh, ja, gut von dem Bogen-Team. Geil war das. Beide haben einen Bogen und beide bekommen es nicht hin, mich irgendwie zu töten. Ist natürlich stark, ne? Und wenn beide mit der Faust runtergeschubst. Guck mal hier, Team Grün macht schon langsam ihre Treppe. Starke Leistung. Was macht er hier? Hä, ist der blöd? Hä, sind die alle blöd hier? Hä? Was ist denn heute los? Oh, jawoll. Ähm, was ist das hier denn für ein Team? Blau. Blueberry. Ah, hier ist schon wieder, ähm, egal hinter dir. Mir fehlt ein... Ja, es wird nicht mehr. Mir fehlt ein Gültchen. Ein Gültchen. Ich hab noch einen. Oh, ja. Hast du irgendwie ein bisschen Essen dabei? Willst du dir ein bisschen Milch? Ja, nee. Gutes Tauschgeschäft. Essen, ja, ja. Oder kommt einer was auf. Oh nein, ich hab ihm Essen zugegeben. Ach, zugegeben. Der hat aber nichts. Oh. Stirb doch. Boah. Hallo. Ich immer Angst hab, dass ich von hinten irgendwie runtergeschubst werd, so wie gerade, ne? Nee, 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 nee. Brauchst du keine Sorgen machen, Kind. Ich hab das hier im Griff. Oh, klappt schon. Klappt schon, Digi. So. Komm, ein Gold, ein Gold. Nein, der wird jetzt... Kann ich mir noch ein bisschen Essen mitnehmen hier, ein bisschen Rüstung. Es läuft, es läuft. Brauch ein Gold. Äh, so wollte ich. Zack. Oha, hängen wir hier. Äh, Rüstung. Moment. Hier. Wo ist es? Da. Scheiße. Es gibt so stupfe Leute hier, ne? Was passiert? Er läuft einfach und fällt einfach runter ohne Grund. Oh. Ja, das kennst du doch auch, ne? Ja, aber nicht auf einer Geradenstrecke. Doch, auf einer Geradenstrecke auch. Nein, 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 nein. Wenn da ein Loch war, okay, ne? Aber, weißt du, er läuft auf einmal so voll nach links. Ja, gut, ne? Ja, aber habe ich aber auch manchmal. Oh. Behinderung und so. Loll. Ich habe ihn noch ge... Hä? Hast du den Grünen getötet? Ja, den habe ich gerade ein bisschen... Ich habe ihn gekillt, während er mich runtergeschlagen hat. Hä? Lucky. Ja, toll. Jetzt habe ich aber meinen Bogen verloren. Och. Nö. Weißt du, das war mein Gold, was ich für dich angespart habe. Ja, ich gehe jetzt extra wieder ohne Sachen in die Mitte, um jetzt erstmal ein bisschen Gold zu holen. Ja, ich verfolge dich. Ich habe ja meine Faust wieder dabei. Hä? Hier liegt ein Bogen. Das kann ja nur gut laufen. Ach, ne. Ist ein Stick. Ja, ich habe mein goldene Schwert dabei. Oh. Ist natürlich genauso stark. Oh, die anderen Teams sind nur noch zu zweit. Also, wir könnten eigentlich easy slurpen. Slurpen. Warte mal, haben die ihr Bett eigentlich eingebaut? Ich gehe einfach mal durch. Ich komme einfach mal hinterher. Soll ich einfach mal probieren? Einfach mal YOLO? Oder geh du mal vor, du hast nämlich Rüstung. Putz, Digga. Jawohl, du lenkst die gerade ab. Ich gehe durch. Jawohl, das war Plan. Jawohl. So muss es laufen. Die Opfertaktik. Man braucht ja keine Items in Bad Wars. Man braucht die gar nicht. Man braucht nur die Opfertaktik. Willst du ein bisschen äusen? Brauchen nur jemanden, der sich opfert. Genau. Oh. Oh, habe ich gerade gemacht, ne? No, good, 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 good. Zack. Oh, holen wir uns mal direkt hier so ein Dreier-Eisenschwert hier. Oh, der braucht Blöcke. Der braucht Blöcke. Unser Freund braucht Blöcke. Ich helfe ihn. Blöcke, Blöcke. Blöcke und noch ein bisschen was zu essen. Ja, jetzt ist er eh tot. Super. So. Hat sich gar nicht gelohnt. Okay. Es fehlt nur noch ein Bett. Welches Team sind wir eigentlich? Grün, oder? Nee, wir sind die anderen. Wir sind gelb. Okay. Ja, das sollte jetzt auch nicht so groß das Problem werden eigentlich. Ich verfolge gerade den grünen, damit der gleich kein Equipment mehr hat. Oh, scheiße, das sieht nicht so aus. Oh, doch. Die sind doch gerade beide gar nicht in der Base, oder? Oh, ich habe den grünen getötet. Nice. Äh, nö. Ich glaube, ja, jetzt schon. Also, ich habe auf jeden Fall... Ja, ja, nur einer jetzt, ne? Der hat jetzt auch keine Sachen. Ich gehe mal durch. Oh, hoffentlich schlägt er mich jetzt nicht runter. Alter, hatte ich keine Rüstung an. Jawohl, gut. Nice. Nein. Oh. Oh Gott. War ich noch nicht? Warte, ich bin jetzt gleich dran. Warte. Oh Gott. Oh Gott. Pass auf, pass auf. Unser Bett ist auch weg, ne? Ja, ja. Ich weiß. Dann ist Jude, mein Sohnemann. Da steht einer, ne? Danke, Papa. Er steht da einfach rum. So, einen habe ich rausgehauen. Nicht sterben, Tom. Lol. Two hits down. Okay. Scheiße. Du musst das nicht schaffen. Oh Gott. Ähm, ja. Es lebt von jedem Team nur noch einer, ne? Oh Gott. Du bist weg, äh, der ist, äh, ja. Hm. Ich habe jetzt auch gar kein Gold. Gold wäre jetzt super gewesen, aber habe ich nicht. Ich glaube an dich. Ich habe auch kein Eisen. Ja, doch, warte, hier. Moment. Boah, wie schnell ist man denn hier? Stimmt ja. Ich bin es immer noch irgendwie gewohnt, irgendwie so irgendwo hin zu müssen, um dann das Eisen zu bekommen, weißt du? Ja. Ähm. Ich gönne mir mal einen Heilungstrank. Gönn dir. Mach heute, äh, Gönnung. Ich meine, das ist sein letztes Leben. Man lebt nur einmal hier, ne? Ja. Ja, muss ich gehen können. Okay, der Grün ist doch gerade auf dem Way. Okay. So, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal die bessere hier Position. Nice. Aber wo ist der andere? Der chillt da hinten, okay. Er chillt da einfach rum. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich sammle jetzt das ganze Gold. So, jetzt habe ich acht Gold. Jetzt verziehe ich mich wieder. Denkt er sich so? Mach ich jetzt mal so richtig. So, jetzt kann ich mir erstmal ein Eisen. Schwert. Und ein Bogen. Ja, mach ich. Machste dir. Auf jeden Fall beste Ausrüstung. Kommt der? Na, ich will nicht ghosten. Nö, nö. Oh, oh. Sieht sogar gut für dich aus. Würde ich jetzt mal so behaupten. Okay. Ja, man weiß es noch nicht. Warte, 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 warte. So, da haben wir das Eisenschwert. Sehr gut. Jetzt gönne ich mir nochmal hier eine bessere Spitzhacke und dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Ich bin so aufgeregt. Na, außer vielleicht noch die Restrüstung. Restrüstung. Ähm, was habe ich jetzt gesagt? Wollte ich holen. Ach ja, eine Spitzhacke. Oh, krasser Kampf hier. Oh. Wer gewinnt. So, okay, dann hol ich mir noch die Rüstung. Oh. So, jetzt noch eins gegen eins, ne? Ja. So, bin ich mal gespannt. So, ich bin gut ausgerüstet. Ich kann mich nicht beklagen hier. So, wo ist denn er? Wo ist denn er? Boah, das weiß ich ja keiner. Auf jeden Fall nicht hier in der, doch da in der Mitte. Ich sehe schon, Tom. Ich sehe schon. Außer er hat einen Bogen. Das wäre jetzt natürlich nicht so geilo. Was weiß ich, würde ich jetzt nicht so behaupten. Ne, hat er anscheinend nicht. Boah, Alter. Juck, kein Scheiß. Alter. Ja, ich habe gewonnen, oder? Haben wir gewonnen? Ich habe den Chat aus. Und? GG. Gamepad gewonnen. Ja, GG. Ja, ich habe gewonnen. Alter, ich habe fünf Kills gemacht. Boah, hast du gesehen, wie knapp das war? Alter, ich bin da fast runtergefallen. Weißt du, wie dumm das jetzt gewesen wäre? Das sah auch sehr komisch aus. Boah, ich habe einfach so den Schiss in der Hose gehabt. Ohne Spaß. Alter. Krass. Hat er den Kackstift gehabt? Ich würde sagen, das war es für eine Runde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Und schaut natürlich auch bei Tom vorbei. Und ja, der Tom will aktiv werden, Leute. Ja. Guter Witz, ne? Ja gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.